Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wie im letzten Part. Ja, die nächste Aufgabe hier begonnen. Möchten wir unseren Mönchen? Ähm, ja. Irgendwie erstmal hier ein bisschen aufräumen. Wenn wir uns die Boote schnappen können, wäre das natürlich Bombe. Ich hab Angst vor Mönchen, ernsthaft? Woher kommen die alle immer her? Ich verstehe das nicht. Boah. Dann senkt man die Schiffe da. Ah, mir fehlt Gold. So, du bist auch hinüber. So, den kann ich auf jeden Fall aufräumen. Versenkt das Schiff. Danke. Ja, die Schiffe haben einen 1 vs. 3. Keine Chance. So. Wir brauchen noch ein wenig Gold. Ah, die Grünen kann ich... Nein! Warum sind die so blöd? Ich habe einen Ausgleichen. Genau. Ich habe einen Ausgleichen. Genau. Okay, ich glaube, wir haben einen verloren, aber wir gönnen die Schiffe schon mal, was ziemlich nice ist. So, dann können wir eigentlich jetzt unseren Hafen hinstellen. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Das blöde Schiff da links, ey. So. Mann, Mann, seine Angriffe nervt uns schon ein wenig. So, dann versenken wir den, können wir die einen übernehmen. Was mit der Reichweite gefällt mir, ne? Salve, eins, Sanne, Resto, Salve. So, haben wir dieses... Ah, schau mal einen an. Was wir da gefunden haben. Eine Reliquie. Damit kann ich arbeiten. Resto, Sanne, Correctus. Ah, komm, versenkt es. Ich mag die Mönche. Die sind super. Oh, nein, 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 nein. Du heilst ihn. Okay. Fangen Sie ihn passend hochheilen? Ist alles in Ordnung. So, ich habe doch noch einen Mönch hergestellt, ne? Nein, habe ich nicht. Okay, dann schicken wir dich da hoch. Und hier muss der Dritte dann nochmal dazukommen. Ernsthaft, manche sind saucool. So, jetzt könnte ich hier theoretisch irgendwas abschotten mit einem Turm. Oder irgendwas Ähnlichem. Nein, 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 nein. Hier, die will ich haben. So. Zack. Oh, guck mal, nein. Nein. Ich kann es auch hier benutzen, um ein bisschen Gold abzufarmen. Nein, ich habe die Mission ist so. Nein. Komm schon. Egal, sind die halt tot. So. Alter, hat der viele Leute hier drüben. Wow. Nein. So, dann haben wir vier von denen. Einzelne wird sich das Schwäger zu bekennen für feindliche Mönche. Ja, gut. Gesamt gesehen würde ich sagen, ist auch geil. Aber... Trailer? Ja, zerschieß sie einfach. Aber da stehen bleiben und zerschießen. So. Vorschickt euch einfach mal die beiden Sachen. So, das ist unsere Kirche. Das heißt, wir kriegen schon mal Rohstoffe. Zumindest das Gold. Auch wenn wir hier kein Gold kriegen. Weil wir einfach mal sichern sollen. So, jetzt kannst du eigentlich... Oh ne, haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Alles Wichtige haben wir den Marktplatz. Können wir noch bauen? Ja, komm. Bauen wir. Falls wir mal noch mal ein bisschen Rohstoffe tauschen müssen. So, mein Team 2. Versenkt mir mal wieder das Schiff. Na komm, brauche ich sogar drei neue. Sehr, sehr cool. Ich glaube, Glauben. Vier Leute haben mich nicht mit Glauben. Was ist jetzt los? Ich dachte, die machen das nacheinander. 100? Klar machen sie das. Verstehe ich nicht. Hat die ganze Zeit immer funktioniert. So, was haben wir hier? Ah, Gold. Mal wollen die Gold haben. So, ich brauche mal hier das da. Wo ist denn dabei? Was war mit dir? Boah, 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 boah. Ah, hier. Die Holzfeine. Oh, nee, da. Nein, warte. Wie ist da mit hin? Was zum? Ja, nee, ist klar. Ne, das überlebe ich nicht. Lauft, lauft. Oh, was für eine Goldverschwendung. Ernsthaft. Oh, ein nacheinander könnte ich kriegen. Wieso geht der jetzt schon... Ah, die wollen doch alle sterben. Ernsthaft. Das ist doch der einzige Zweck, hier zu sterben. Die einzige Sinne, die ihr habt, sterben, legen. So. Jetzt hast du ein Problem, ne? Ah, es tut mir immer noch weh, dass die Mönche gestorben sind. Mist, Mist, Mist. So. Okay. Dann bleib mal da. Dass der gleich mit so vielen Booten kommen muss. Ich hab's auch echt angelegt, ne? Dass er meine Mönche stürmen lässt. Äh, tötet. Ah, Mist, Mist, Mist. So. Mein Hauptproblem ist das Gold. Holz hab ich. Nahrung krieg ich. Das Gold ist das Problem. So. Fährst mal da hin und töte es, Leute. So. Typ 1. Typ 2. Ich kann ja mal hier noch ein bisschen scouten gehen, mein Mönchen. Die haben eine schöne Sichtweite. Nutzen wir das doch erstmal. Okay, das hier aufsammeln. Okay. Lieber nur da hingehen. Okay. Hier ist noch mehr Gold. Ich will mich damit locken, wahrscheinlich. Jetzt mal brauch ich Schall von Ost. Nein, 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 nein. Fangt es ab, fangt es ab. Komm schon. Oh, er schafft es wieder, ey. So, sterbt. Boah, das ist jetzt eins und da war echt stark, ne? So, da ich hier mal anlegen möchte, werden wir hier noch ein Pamparanda hinbauen. Genau, die Feuerschiffe. Wenn man hier ja nie wieder anlegt. So, dann baue ich mir noch mal einen Menschen, der mein Schiff reparieren kann. So. Alles klar, wir dürfen mal wieder stehen. Versenkst das Schiff. So. Gut, dann baue ich... Ah, doch. Ich fand ja auch nochmal zwei, drei Stück. Schiffe scheinen ein bisschen wichtig zu sein. Glaube ich zumindest. Zumindest erstmal, um das hier zu sichern. Okay. So. Schade. Ich wollte keine Brücke bauen können. Das wäre nice. Dann würde ich hier so eine halbe Brücke bauen und dann die alle hier bekehren. So, dann gehen wir nochmal auf Erkundungstum in unserem kleinen Brandnern. Oder ist die? Feuerschiffe. Wow. Okay. Gleich ein Trenunturm. Ich bewege mich hier schon nicht weg. Ist okay. Aber ich könnte mir... Ja. Oder darf ich nicht? Ist die Frage... Warte mal, ich bin in der vierten Zeit. Ich muss das forschen. Schimmi. Kann ich die Kanonentürme bauen? Dann kann ich mit meinen Schiffen zumindest schon mal ein paar wichtige Gebäude zerstören. Das hier kann ich doch bestimmt übernehmen, oder? Ach komm, dann zerstört es halt. Wow, wow, wow. Was ist mit ihm? Alter! Lass mich in Ruhe, du blöd Mann. Ja genau, das kannst du ruhig machen. Gib mir das scheiß Schiff. So, das dauert wahrscheinlich zu lange für ihn. Er wehrt sich. Wow. So, das sollte schnell gehen. Danke für das Schiff. Oh Mann ey, alle meine Schiffe. War erstmal die da fertig. So, du gehst da hin. Passt. Also, das war's. Aber ich habe eine Schiff. Das war's. Aber ich habe eine Schiff. So, ich habe eine Schiff. Ah, das schaffen sie nicht mehr. Schade. Aber er produziert ordentlich, ne? So. Ah, ich hab schon gerne so ein kleines Schiffflotte. So, und das noch. Aha, jetzt setzt sie die da ab, um die hier zurückzubringen. Schön. So. Doch, das gehört jetzt mir. Können wir wieder zurückkommen. So. So. Du darüber. Jetzt fertig. Das Schiff glaub ich mir auch noch. Wenn es nicht stirbt vorher. Schade. Ja, mittlerweile hab ich schon ein paar Schiffchen. So. Den reparieren. Jawoll. So. Kann ich denn hier noch... Warte mal. Das ist nur für Kanonturm, ne? Das ist nicht für... Euch. Ne. So, hab ich das geforscht hab, kann ich das wahrscheinlich bauen. Dann kann ich das nochmal verbessern. Aber gut, wenn er ausweicht, nehm ich alles mit. So. Wow. Ist das jetzt dein Ernst? Da kommen Kanonen. So. Jetzt geh ich in den Gegengangriff. So ein Sack. Hat aber gut funktioniert. So. Ich kann theoretisch da jetzt mal jemanden rübersetzen. Und dann mal gucken, was passiert. Ich hab zu viele Menschen, seh ich gerade. Ähm. Brauche ich da mal ein paar Häuser. von Kondo, 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 Kondo. 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 Konredikt. Kondo, Kondo. So, brauchst du da mal was hin? Gucken wir mal, wer alles ankommt. Kondo, Kondo, Kondo. Kondo, Kondo. Kondo, Kondo. Kondo, Kondo. Schade. Genau, macht einfach mal fertig. Ich baue mir ein Kanonenschiffchen. So, gucken wir was passiert. Wunder, wann sie pleite gehen. Jawoll, das sind schöne Verluste, die er jetzt hat. Und um sie zu vernichten, ein Dorfbewohner. Alter Schwede! Oh shit! Ähm, okay. Okay. Das ist, äh... Joa, heftig. So, wenn sie alle verkrümelt haben... Wo ich das ganz einfach nochmal. Alter Schwede, wie viele... Wie viele Einheiten er einfach hat. Wow. So, wir brauchen kurz Platz. Du da hin. Machst das da. Jawoll. Nein, 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 er ist das da. So, ihr beschützt ihn. Zumindest so ein bisschen. So, bauen wir mal auf. So, er kann das schön machen. Ja, schieß mal weiter. Ja, schieß mal weiter. Jawoll. Wie er alle Einheiten her schickt und erstmal drauf gehen lässt. So geil. Das ist mir das Holz wert. Nein, nein, das Ding brauche ich noch. Na schön, das Schiffchen da kaputt. Nein, 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 nein. Das fällt ihm ein. So, ich gehe mit da hoch. Du, ich bleibst den Turm an. Das hier brauche ich auf jeden Fall die Hilfen. Darf er nicht einmal kaputt machen. So, kann ich das Ding eigentlich erobern? Die Vatoria. Ist ja mega cool. So, kann ich noch irgendwas reparieren? Natürlich kann ich das reparieren. Auch wenn das zerstört, ist egal. So, dann brauchen wir nochmal hier ein paar Menschen. So, dann mache ich das mit zwei, damit die auch fertig werden. Soll das so eigentlich passen. Hoffe ich zumindest. Aber, ich denke wir werden hier beenden. Bisher sieht es ganz gut aus, weil ich lasse das da erstmal stehen. Kann seine ganzen Schiffproduktion und seine Menschen hier schon mal töten. Und schon mal ein paar Gebäude einreißen mit den Schiffchen. So, dann aber bis zum nächsten Mal. Ciao.